Das ist auch auf dich, hier muss man auch eine Rammstunde, wie gesagt, hier drüben geht es also rein. Der CD-Verkauf, Sie kommen direkt am CD-Verkauf vorbei. Die Aktie an der CD ist erhältlich, 14.99 Uhr. Die Titel, die Sie gehört haben, sind auf der CD. Der letzte Titel ist gemeinsam mit Sigrid und Marina auf der CD enthalten. Und wie gesagt, Sie kommen direkt am CD-Verkauf vorbei, heute Vormittag hier im Fabian.